Also mir ist jetzt schon ganz schlecht, wenn ich droh denke, dass ich das gleich fahren muss. Das ist der Predator, den gibt es das erste Mal auf der Wiesner und der überschlägt sich sogar über die eigene Achse. Und ich darf das jetzt gleich mal ausprobieren. Wünscht mir Glück! Und los geht's! Ich habe wirklich Angst. Oh mein Gott! Und es geht schon wieder weiter! Nein! Also Willi, ich bin jetzt gerade gefahren. Was ist denn das Besondere bei dir? Das Besondere bei mir ist natürlich, weil es eine sehr spektakuläre Fahrt ist, weil sich drei Achsen gleichzeitig bewegen. Und wenn das ganze Karussell in Bewegung ist, dann sind schon mal 60 Tonnen schon mal am Fahren. Und das ist dann schon was anderes, ne? Auf jeden Fall! Also Willi, danke dir und Servus! Also jetzt muss ich mich erst einmal nochmal hinsetzen, aber den Wiesentest haben die auf jeden Fall bestanden. Das ist dannечert. Also jetzt muss ich mich jetzt sicher schon mal am Fahren, wenn ich noch mal da. Du hast es mir auch mal! Was ist es mir auch schon mal da. Und dann geht es dir dann schon mal um den Wiesentest. Und dann geht's dir so weiter, also mal am Fahren. Und dann geht es mir auch schon mal hier. Und dann geht's mir auch schon mal. Und dann geht es mir auch schon mal! Vielen Dank.